Wohin willst du? Willst du ganz nach oben? Wenn nicht, wieso nicht? Geh verdammt nochmal nach oben! Ist es, weil du ein Goth bist? Wusstest du schon, dass Goths die niedrigste Lebenszufriedenheit unter allen getesteten Subkulturen aufweisen? Mit Ausnahme von Schülerlotsen. Deshalb gibt es unter Goths keine Schülerlotsen. Das wäre eine tödliche Kombination. Wir bei Vom Goth zum Boss arbeiten mit Goths an verschiedenen Orten in ganz Großbritannien, um ihr verstecktes Potenzial zu fördern. Indem wir sie ganz bewusst zu alltäglichen, gesunden Aktivitäten animieren. Beispielsweise Sport. Begegnungen mit anderen Menschen. Ausgedehnte Lachsitzungen. Oder wie man Farbe in die Garderobe integriert. Unsere Erfolgsgeschichten. Das ist Debbie. Sie hing auf Bahnhöfen rum und hat ihre Hände in den Ärmeln versteckt. Jetzt ist sie Rettungsschwimmerin in Mumbai. Vom Goth zum Boss. Das ist dein Motto. Es sei denn, du bist kein Goth.